Hey, Johannes hier von newgadgets.de und wie man hier uns mal erkennen kann, sitze ich nicht auf der 1&1-Blogger-WG-Couch, sondern bin jetzt in Las Vegas, denn hier findet vom 9. bis zum 11. September die Mobilfunkmesse CTIA Super Mobility 2015 statt. Was erwartet mich auf der Messe? Ich muss sagen, dass ich das erste Mal teilnehme. Ich werde mich also überraschen lassen, bin aber schon mal gespannt, was es so alles geben wird. Interessant werden die drei großen Keynotes unter anderem mit den CEOs der US-Mobilfunkanbieter, aber auch IT-Größen wie Jimmy Wales von Wikipedia oder Jeffrey Katzenberg von DreamWorks. Die diesjährigen Themen der Messe sind unter anderem Smart Cities oder Smart Homes, 5G, Internet of Things und natürlich auch noch Wearables. Auf dem Showfloor stellen über 1.000 Firmen aus, darunter Huawei, Microsoft oder auch Samsung. Das war es jetzt erstmal von mir aus Las Vegas. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr ja den CubeTube-Channel abonnieren, damit ihr keines der Videos verpasst. Also, bis zum nächsten Video. Ciao!